Und willkommen zurück zur nächsten Folge Xenoblake Chronicles. So, wir müssen jetzt dieses blöde Kabel dort endlich mal durchdrehen. Wir hatten es in der letzten Folge schon fast geschafft, bloß kurz davor sind wir dann doch leider gestorben. Aber das machen wir jetzt, würde ich sagen. Kann ich ein bisschen Wind aufreißen? Ha! Poppy Booster sind engagiert! Okay. Was ist denn mit den Nia schon wieder los? Wo ist denn die? Ich gehe die. Oh! Äh! Das wird nicht so tun. Es wird nicht so tun. Ja! Ja! Nein. Ja! Jetzt ist es, wenn ich das nicht so schaffe. Ja! Es wird nicht so, dass ich das nicht so schaffe. Lass uns das auf das Achtung. Ich liebe dich. Ich mag dich, aber nicht so. Ich mag dich nicht so. Von der Energie sehen sie eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Oh, ich glaube ich werde mal... Ah ok, es geht noch, sonst switch ich mal auf die Ursula, das tun wir ein bisschen halt. Oh, ich glaube, es geht noch, ich glaube, es geht noch. Oh, ich glaube, es geht noch, ich glaube, es geht noch, ich glaube, es geht noch. Ich bin ein Hitz, ich bin ein Hitz. Ich bin ein Hitz, ich bin ein Hitz. Im Moment zusammen. Zutra! Blaze! My dead body. Why not? Break! Fire up! Leave it to me. In I go! What? Be careful. I sense a great fire. Zutra! Ha! Why not? Oh, no, you don't. Blaze! You can't do that. Gah! Keeling! Heal us! This is unexpected. One of the same things they needed. Brave! Break! And the shot. Make it! Why not? Yes! Let's go! Double spinning it! Go for it, Blaze! Now! I'll stop you. My dead body. Heal us! Rhino! Ursula! Ah! But I'll do what I can! Go! Go! Make it easy to kill you. Why not? Ich falle ja irgendwie um. Was ist da los? Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann jetzt an dem Stromkabelfahrt kein Damage machen. Na ich krieg Schaden an dem Kabel. Nichts? Ja. Ja. Ich bin Karni. Ich bin Karni. Ich bin Karni. Braggon. I'm Hord. Ich bin Karni. Jemgler. Du hast meine Zeit. Maarten. Du hast dich. Streich's. Säme. Du hast dich, am Michael. Läggs. Grrâm. Du hast mich nicht helfen. Warum nicht? Ich liebe es. Du hast meine Zeit. Du hast meine Zeit. Läggs. Du bist du einander, was du? Geht's wieder? Da nähe ich dir immer noch Schaden dran. Was ist da los? Warum kriegt da Schaden dran? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ne, da höll ich um. Was ist denn da los? 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 Was? Was ist denn da los? 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 Was ist denn daos? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Is denn da los? Das war's für heute. Geht mit Feuer, be my sword. Flame combo, third stage. Awesome. Mega Explosion, was a blade to a Mordor? I can't, I can't, just give me the order. I got that. Just give me the order. Ultra Slash. We'll do it together, stop. We're up, Gramps. Hey, Barry. Let's hit him good. Excellent. Get him near. On it. Great tiger. Morag, suck it to them. Very well. I'll do it. If I have to. Maybe you should try getting away from it. Let's keep it up. Super. Time to show what I can do. A scout. Get him near. On it. On you go. Aquawade, a scout. Morag, suck it to them. Very well. No pressure. Chain attack, finish. Better than a moment. All dead. You go up. You are awesome. Don't get this woman's race. Yeah. I'm ready to let you survive. I'm ready to deal with it. What the fuck? It's fine. We'll get him yet. Oh, don't push yourself too hard. Oh, I need to do something else again. Oh, no. I need to do something else again. No, just him. Okay. Okay. Oh, no, you don't. Time to take me down. Ultra slap. Stay true to your disciplines. Anchor shot. Power motions are in two tricks. All failed. Just get me. Now. Sure. He's dead. Rush him. Won't do that. Why not? You have my back. You're doing for sure. My thoughts are in two tricks. Double spinning. I need to do something else. Great. Blades. I need to do something else. Jackpot. My dead on. Spack. Rucky don't stand a chance against us, man. Come. Now I'm fired. I am. Topple up now. Ah. Burnout break. Go. Senobius. Skyward slam. Burnout. Topple. Love it. Radiance. Now I'm fired. Beastmask. We don't have no one now. Du hast eine Unwablinge Resort. Es ist ein Wart. Hitsch. Es ist ein Wart. Zane combo. Third stage. Awesome. Was ist das? Oh no. Let's go. Unwärtsch. Ow. Agatha, du kannst du nicht mehr. Ultra Slash. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich komme da gar nicht ran jetzt. Ich komme da gar nicht ran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Be free now. No. 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 Jin! Why the hell would you do this? What good does it do you? Why? You ask. Then let me ask you this. Blades are granted phenomenal power from our Creator on high. Yet we are doomed to never remember. Why? What? The accumulation of memories is what allows mankind. No. All life to grow. Change. Evolve. But... Blades are fleeting. When we return to our cores, our memories are lost. Our growth snatched away forever. People aren't so different. Man's life too has an end, yes. However... Though each individual life is fleeting. You pass on your memories. Allowing you to grow. As a species. As a culture. Why does Endal control all the core crystals? By controlling the moment of every blade's birth, they enslave our entire kind. How is that fair? We have no culture, because Endal decrees it. Because that's what your kind do. Jin! Why are you the masters, and we the slaves? It is we, who embody the very nature of this world. Blades. Embodied the world. I don't... get what you... If you saw the last state of humanity, you'd understand. Now that you have come this far, there can be no turning back. But... I'm afraid your journey ends here. What? Why now? Hey! Now's our chance! Huh? What are you standing around for? Show that scumbag what's what! What? It's Akos! Malos sent me. Time to make an exit. Ready? Who says we're going to let you go? Ha! You really don't understand, do you? You really think this is over? What the... How?! We cut the bloody cable! Certainly. But some energy still remains deep in its core. Don't you see? It's like a blade weapon. Well, you seem busy. I'll leave you to it. Bye! Wait! What! It's so... What? That's why you get the blood. You too! This one... No, you'll see. Look at him! I'm gonna put it again! I'm gonna go all in! Yes! The pain and I go! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin zuerst. Erschula! Ich versuche mein Bestes! Erschula! Geh ihn, Nia! Hier kann ich ihn! Bereit oder nicht, Motti! Erschula! Morag, socke es zu ihm! Ich habe es. Ich werde es fertig sein. Elemental Burst! Let's keep it up! Super! Hit it now! Together now! Elemental Burst! Get them near! Here I come! Ready or go, Mottie! Zenobia! My! All my! Astounding! Morag! Sock it to them! Very well! Best! I'll do it! Astounding! And another one! Astounding! Pyra! Time to tell what I can do! Astounding! Get them near! Here I can! Ready or go, Mottie! Great! Moorag! Sock it to them! As planned! Dromark for Ardanian honor! Fertig! Tore! 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 Boah! 226.000 Damage! I don't get it! I'm meant to be a driver now! I have a blade of my own! I can't do anything! I couldn't do anything! Nothing's changed! I'm just as weak as I've always been! Jinn, was ist passiert, um dich so zu machen? Was ist das? Dad! Der Arme Orion! So viele von ihnen! Was?! Nein! Scheiße! Wer hat diese Scheiße gesagt? In diesem Fall, ich glaube nicht, dass sie nichts verletzt. Wie so? Sie denken, dass Mord Ardain sie Illegang hat. Sie haben keine Begründung von Krieg. Das ist schlecht. Wenn jemand nicht erklären, was wirklich passiert ist! Aber es gibt keine Zeit für das! Also, was? Wir geben einfach ab? Das ist die Hauptfache. Auf die Worte. Das ist die Hauptfache der Erachtung. Hier auch. Mord Ardain, auch die Artilien. Ich weiß nicht, ob wir es nicht machen müssen. Wir müssen nach Uriah. Genau. Was? Warte! Kapitel 5 Sklaven Kapitel 6 Wunden Kapitel 6 Wunden Und jetzt... Bitte, sie ist fast zehn Jahre alt! Silence! Bleib aus! Wenn du sterben, wird es so gut wie neu. Du hast das selbst gebracht. Von jetzt auf, werde ich dich beschützen. Ich werde dich sicher. Sempre. Mein Name ist Jin. Was ist dein? Laura! Okay, jetzt bekommen wir auch den Meister von dem Jin. Es scheint, dass Alkohls die richtige Wahl zu senden war. Bist du gut? Ich habe es durch die Wurz. Ich kann es aufhören. Ich kann es aufhören. Ich versuche, dass ich dein Geist sein werde. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so stark. Ich versuche, dass du dich aufhören. Ich versuche, dass du dich zu beschränkt hast. Es ist ... immer noch ... Zeit. Manchmal kann ich nicht sagen. Sag mir, Jinn, bist du wirklich hier? Ich weiß nicht, wo ich wirklich bin. Du wirst zu sein, wie ein Mensch. Oh, ja? Vielleicht sind wir nicht so unterschiedlich. After all, humans and blades. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber Maitra wurde doch auch eingeladen, oder? Ich fürchte schon, ja. Na also, dann können wir ja auch gleich alle rübergehen. Tja, wenn man es so sieht, dann gehen wir halt alle. Okay Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge wieder weiter, wie es weitergeht. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir einen Like, Kommentar oder auch Abo da lässt, dann verpasst du natürlich auch nichts mehr. Genau, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.